Herr Morgus, der Sachverhalt ist angekommen. Wir bitten den ersten Zeugen rein. Herr Fliege! Was ist der Zeuge? Sie. Und Sie stehen unter Eid. Ich sage nichts als die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Und nur die Wahrheit. Und er, er sagt die Wahrheit. Es geht nur, er kann sprechen. Okay, Verteidiger, Ihre Fragen jetzt. Wir werden den Prozess gewinnen. Die Fliege ist die Lösung. Der Richter feiert ihn total. Habt ihr gehört? Wir werden euch abziehen. Doof AG. Zbitte, ich esse Früchtchen wie du zum Frühstück. Und das sogar ohne Willen. Herr Fliege, können Sie Ihre Aussage von gerade eben beweisen? Was ist dein Beweis? Damn! Ist der gut. Ich bin überzeugt. Vielen Dank, Herr Fliege. Sie können Platz nehmen. Aus! Vielen Dank, euer Herr. Du hast viel mehr geredet als sonst. Für mehr reicht die Gage meistens nicht. Was hätte er es verschießen? Die Gage meistens nicht. Läu Herr.